Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battleground mit Moonboon und dieses Mal wirklich mit Moonboon. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Wo ist es? Da? Wo? Ach, mein Finger ist einfach zu fett. Er findet die Richtung nicht. Wir sind unterwegs mit unserem Diszi-Priest in unserem schönen Allianz Gladiator-Transmog, das ich mir gemacht habe. Ich habe gedacht, nachdem die Pyro-Woche sehr erfolgreich war und auch sehr gut angekommen ist bei euch, brauchen wir aber mal wieder Abwechslung. Ich habe viele Kommentare von euch gelesen, die gesagt haben, Moonboon, mach doch mal wieder ein Mönch-BG und ich gucke, dass ich jetzt diese Woche ein bisschen Abwechslung reinbringe. Ich habe mir vorgenommen, drei BGs zu machen diese Woche. Heute Diszi, Mittwoch Mönch und Freitag vielleicht mal wieder den Dämonenjäger auf Horde-Seite. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, also nehmt es jetzt nicht für 100% und kommt dann am Mittwoch mit, Moonboon, aber du hast gesagt, mi, 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 mi. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es machen werde. Das ist jetzt in meinem Kopf, wer weiß, was nach dem BG in meinem Kopf ist. Vielleicht macht der Priest auch so viel Spaß, dass wir ihn weiterhin durchziehen. Aber, auf jeden Fall hier noch kurz meine Talente. Ich bin momentan ein bisschen auch PvE-orientiert, aber das ist schon eher hier für das PvP, ne, mit Klarheit und Anmut. Vor allem für Arena ist das, glaube ich, nicht schlecht, wenn man ein Ziel voll hochheilen kann. Außerdem hier die Ehrentalente. Ich wechsle hier ab und zu zwischen Erzengel und dunkler Erzengel, weil es einfach auch sehr viel Fun macht. Ja, also, einfach nur für euch andere DCs, falls es euch interessiert. Und Horde rennt eh immer SW. Wow. 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 Ich geh nur in der Lande, geh ich nicht SW. Ich bin doch nicht bescheuert. Dann geh mal, ich geh da. Ach Gott, jetzt gehen alle Schmiede. Was ist denn los in diesem Land? Mein Gott. Wenn ich das schon wieder sehe, könnte ich kotzen. Gehen sie alle zu einer Base, oder was? Warum gehen denn alle zu einer Base? SW-Inkel-Lol. Ach, jetzt gehen wir hinten rum hoch. Ne, das sind Rottis. Ah, da ist mein Fuchs-Bro. Hey, Fuchs-Bro. Bist du ein Shadow? Ja, du bist ein Shadow. Was machen wir, Fuchs-Bro? Was machen wir? Ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht, Fuchs-Bro. Ja, wir gehen eher hoch. Da gehen noch drei Leute hoch. Mach's gut, Fuchs-Bro. War schön, dich gekannt zu haben. Da hat er schon umgekehrt. Hat er schon gesehen. Das hat keinen Sinn. Okay. Na dann. Tun wir hier mal Strong-Shielden. Tun wir mal Strong-Display. Man könnte sogar, wow, ein Master-Display da reinhauen und die Frost-Nova da wegmachen. Dass die Leute sich wieder bewegen können. Verteilen wir unseren Buff. Den wir hier brauchen. Und dann machen wir Damage auf den Krieger. Bam, 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 bam. Wir können theoretisch sogar unsere Coole uns einfach mal zünden. Wir haben mal einen schönen Schattengeist draußen. Und wir haben schön hier eine schnelle Sühne. Und vor allem haben wir einen schnellen Zorn des Lichts in your face. Bam. Oh, da stirbt ein anderer Breeze, Bro. Den müssen wir aufhalten. Wir verteilen mal mit Klarheit. Oh nein, ich habe den Hotkey falsch. Wir verteilen hier mal auf der 6. Wir verteilen mal ein paar Abitabuffs, dass wir nicht jeden Einzelnen hier schilden müssen. Oh, bist du... Ja, du bist auch ein Diszi. Going down, you son of a Diszi. Bewegung sind fake. Das macht mir nichts. Solange ich hier Damage fahren kann. Oh. Oh. Wir haben angegriffen. Oh. Moment, ist das andere auch ein Diszi, Bro, den wir hier dabei haben? Sieht fast so aus. Leck, ist das jetzt hier der Kampf der Heiler, oder was? Schieb mich, schieb mich, mate. Schieb mich. Wir teilen erstmal unsere Dots nochmal. Oh, Dispeln, Dispeln, Dispeln. Ich Dispeln ihn hart. Und da ist er raus. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Das ist bei uns jemand weggestorben, oder? Bam, 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 bam. Und jetzt nochmal hier Schattengeist ziehen. Und voll Damage auf den Diszi von dem. Und wir können mal noch hier vieren. Wir fieren mal den Bastard weg. Nein, bewegen Sie, Feiyoko. Der Wirbel auf mir. Oh, nein. Der Wirbel auf meinen Freund. Oh, nein. Bitte Buff aufrechterhalten. Oh, da ist noch ein Parler. Guck mal, der ja. So, und jetzt nochmal voll Damage hier auf den fucking Diszi. Yeah, da geht er down. Und jetzt fallen sie wie die Fliegen, sobald der Healer weg ist. Jetzt fallen sie wie die Fliegen. Mal gucken, ob wir den Hof jetzt mal auch noch kriegen hier. Da, der Shadow. Shadow Bro. Wir sind auch schon am tappen. Unser Fuchs Bro, der vorher vom Sägewerk umgekehrt hat. Leggisch ist ein geiler Kampf. Ich weiß nicht, wie es steht. Wir führen ganz knapp hier. Aber dadurch, dass wir hier zwei Diszi haben, ist es sehr schwer für die Horde, uns hier down zu machen. Und wir haben den Hof getappt. Wir haben ihn getappt. Das ist gut. Weil die ganzen Nachzügler und die jetzt wieder in der Base spawnen, die müssen erstmal an uns vorbei und versuchen bestimmt den Hof einzunehmen. Das versuchen sie immer, die Nerds. Wir müssen jetzt auch nur aufpassen, dass keiner zurück tappt. Gut. Easy. Mine, Schmiede und Hof. Wenn wir das halten können. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Was geht bei der Schmiede? Da wird ein bisschen gekämpft. Wie viele Ali sind denn da? Nur drei. Ah ja, da gehen ein paar hin vom Hof jetzt. Aber nicht alle weg, weil bei Hof... Oh Gott, da kommen jetzt voll viele. Baff, baff, baff. Baff, 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 baff. Kommt. Kommt, Mooney. Komm her, der Schami traut sich. Komm her, Schami. Schön die Flagge im Auge behalten. Lol. Der Tiger, da streckt er sich erst mal... Oh nein, da kommt von hinten was. Ein böser Hexie kommt da angeritten. Go away, böser Hexie. Der greift unseren Hexie an. Unser Hexie steht da nur, glaube ich. Wenn das unser Hexie ist. Lol, da reflektiert er. Chaosblitz. Fuck off. Fuck off, man. Fuck off. Fuck off. Leck, ich wäre so gern eng so ein Schotte oder... Lol, wir haben unseren Brock. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, er ist raus. Oh. Der ist schon verstaunt. Ja, Mann. Das Ding, Mann. Wie geil, Mann. Oh, jetzt schickt er mir ein Chaos zurück. Also, Rache. Aber ich habe meinen... Bitte, baff. Ja, Blutsauger. Blutsauger nur. Kleiner Wichser. Zack, 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 zack. Hat mich der andere... Die ist hier gerade echt mit Zühne geheilt. Nicht wirklich. Hat er das komische Talent gespeckt, dass man mit Zühne heilen kann? Wie gay ist denn der Lord? Der ist obergay Lord. Moment mal, was bist du? Shadow? Bist du der Diszi, oder? Ja, Schattenheilung. Du bist der gartige Diszi. Go down, you son of a Diszi. Klarheit des Willens. Oh, wie er süß versucht, sich zu retten. Keine Chance hast du, Motherfucker. Oh, jetzt gibt es sich sogar noch Dingsbumsens. Oh nein, wir haben Schmiede verloren. Nein. Schmiede sind wir zu zweit. Ja, jetzt sehe ich es im Chat. Lol, ich bin voll oben. Haben wir Kekse? Ja, wir haben Kekse. Ja, das war jetzt Kacke mit der Schmiede, ne? Komm, hol sie euch. Warum haben wir denn nicht Stahl? Oh mein Gott. Das sind so viele bei Miene. What? Na, ich bleibe auf jeden Fall hier. Mir gefällt es ja beim Hof. Das ist ja noch das eine RPG von vor vier Jahren oder so, wo ich mit dem Schurker alleine den Hof defen musste und ich habe mir die ganzen zehn Minuten oder so, die das BG ging, habe ich mir total in die Hose geschissen. Ich weiß es noch, ja. Das werde ich nicht vergessen so schnell. Komm, hol mich aus dem Vier raus. Hol mich aus dem Vier raus. Ja, jetzt hat. Ja, da müssen wir mal ein bisschen stronger heilen hier, den Priester Bro. Da geht es um Staunen. Geben wir mal ein. Klarheit des Willens. OP-Schild, Inc. Yeah, baby. Da hat er das OP-Schild und jetzt hat er voll gehealt durch Damage. That's how I roll, bitches. That's how I roll. Motherfucker. Jetzt noch den Jäger-Bro, dann klicken wir auch noch groß. Komm, Jäger-Bro, Klarheit des Willens. Oh, ja. Da hat er nicht nur seine Schildkröten-Bubble, da hat er sogar noch meine Bubble. Und meine Bubble ist noch zehnmal mächtiger. Oh, da hinten ist auch ein kleines Willens-DC. Der muss weg. Jetzt finden wir wieder alles und dann verteilen wir hier nochmal ein paar Abitubuffs und dann zack. Moment mal. Komm. Artefakt in your... Oh nein, Strahlen gesperrt. Oh, aber der Cooldown ist noch ready. Bam. Haben wir ordentlich ausgeteilt. I like sie's. I like ordentlich austeilen. I like sie's very much. Was willst du eigentlich, Mann? Du klopfst auf mir rum und nichts passiert ist. Das ist schon mal aufgefallen, nur Nerd. Das ist schon mal aufgefallen. Streng dich mal ein bisschen an, Charmy. Du bist eine Schande für die anderen Schamanen. Du bist eine Schande für die Schamanen-Gesellschaft. die am Mahlstrom sitzen und ihre Schamanen-Sachen-Schamanen. Schmiede, Säge, nur zwei. Aber Säge haben wir da verloren. Oh no. Das ist halt scheiße, dass hier zwei Healer stehen. Das ist total beknackt. Nein, Krieger. Krieger, du bleibst da. Ich gehe. Dissi, du wartest hier. Haben wir uns verstanden? Okay. Oh, da wird schon wieder angegriffen. Oh nein. Man kann die halt aber auch einfach nicht weg. Die kommen ja ständig zurück. Oh fuck. Jetzt haben sie noch einen Schurken. Oh, das könnte das könnte jetzt tricky werden. Da müssen wir ziehen. Da müssen wir alles ziehen. Oh, da kommt wieder ein Shadow-Freund. Der switcht immer so zwischen Schmiede und Hof hier hin und her. Der macht das gut. Ja, sperrst du mich, hä? Nochmal ein Vier hier rein. Ah, ich stehe in den Busch. Sieht er mich nicht? Heilig gesperrt? Hä, ich kann immer noch mit Shadow healen. Was machst du jetzt? Das ist so das Geile am Dissi, finde ich. Sperren sie meinen Holy, dann heale ich mit Shadow. Sperren sie meinen Shadow, dann heale ich mit Holy. Also mit Schilden und so. Nice, wir haben die Goldmine. Hatten wir die nicht eh die ganze Zeit? Oh mein Gott, was passiert hier? Ist Hof echt die einzige Base, die wir halten? Und... Ah, der Fuck-Waffe in your face. Und vier. Oh, jetzt kriegt er eine Mönch-Bubble. Oh, lol. Hexy geht auch down hier. Oh, lol. Ist hier ein Riesen-Big-Ink. Jetzt haben sie einen Mönch-Healer unten, die Sie. Wie soll man denn das down kriegen? Wie nur, frage ich mich. Jetzt verlieren wir alle Basen. Oh, ich habe meinen Brock. So kriegen wir ihn down. Nein, erst für deine 50 Sekunden. Oh, die Waffe ist erst für deine 50 Sekunden. Ready? Nein, du stirbst nicht, Hexy. Lol. Da habe ich ihm die Instant... Oh, er tappt. Da habe ich ihm die Instant-Schmerzunterdrückung gegeben. Habt ihr das gesehen, Alter? Gold! Das Moonboon ist so okay. Hat sich nur auf, Mönch. Komm her. Krieg ich jetzt mal als Target oder was? Na, also. Oh, diese Nerds, was sie von mir wollen, ey. Nein, Mönch, hau nicht ab. Ich habe in 16 Sekunden eine Überraschung für dich, Mönch. Hallo. Hallo, Mönch. Achtung, Achtung, Achtung. Acht Sekunden. Oh nein, jetzt geht er vorher down. Oh, jetzt geht er vorher down. Oh nein, jetzt haben wir niemanden, den wir überraschen können mit unserer Überraschungswaffe. Muss ich jetzt wieder bis Weihnachten warten, bis ich Geschenke verteilen kann? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir brauchen aber jetzt echt mal noch eine andere Base. Ich werde jetzt, gehe ich weg vom Hof. Und dann verlieren wir alles. Gehen wir Säge? Ja, wir gehen wohl Säge, so wie es aussieht. Nicht unterwegs sägen, Leute. Nicht unterwegs sägen. Oben können wir jemanden runterschmeißen und one-hitten. Eigentlich kann ich Säge alleine einnehmen. Ich bin so ein Monster-Priest. Oh, guck, die sind ja schon am Kämpfen. Achtung, Shami. You're going down. Bam. 1,3 Millionen, Alter. Get down. Get down. Get down. And moving on around. Und tap den Shit. Ja, Mann. Hat er den Shit getabt. Und wir sind noch vier Punkte im Vorsprung. Lol, das ist ja genau wie am Freitag im Arati-Becken letzte Woche. Mine, please, vier. Oh nein. Mine. Oh Gott, da komme ich so schnell nicht hin. Und es ist auch nur noch ein Rogue bei Hof. Das ist auch nicht gut. Und SW, vier Däffer. Oh lol, was ist hier los? Wir können ihm mal noch ein Schild da lassen. Oh, können wir? Ja, können wir. Klar, der Welt ist willens. Bam, bam. Oh, aber der... Oh. 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 Ich bin nur betäubt. Ich kann mich nicht schildern. Oh lol. Jetzt ist Hof weg. Das kann man ja total vergessen. Guck mal, wo die rumzergen, Mann. Zergt an der Flagge, ihr Nerds. Oh Gott. Jetzt wurde Goldmine getappt. Jetzt müssen wir erstmal den Ansturm hier bei Hof aufhalten, oder? Oh, das schaffen wir nie im Leben. Oh, da stirbt ein Goldmine. Priest, da stirbt ein Priest, da stirbt ein Priest. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Klar des Willens. Oh nein. Oh nein. Ja, da haben wir ihn. Oh, meine Güle. Ist das hier ein Kampfkrampf. Geh weg, Healer. Bist hier nicht erwünscht. Gehen wir noch sieben Leute bei Hof aufhalten. Ja, was sollen wir machen? Hier sind ja auch sieben Hordis. SW-Ink. Haben wir SW? Achso, stimmt. Das haben wir ja eingenommen. Bin wieder ganz vergessen. Nein, Jäger stirbt nicht. Nein. Oh. Oh. Leck, wie man manchmal die Leute noch saven kann hier. Das ist echt, echt nice. Kann ich ihn siegen hier, oder was? Oh. Strahlen gesperrt. Das haben sie extra eingeführt für diese Waffe, oder? Fucking Strahlen. Es ist weder Heal noch Shadow. Es ist einfach Strahlen. Neue Kategorie. Leck, was geht eigentlich jetzt ab? Warum werden wir so gefistet hier? Fucking GDs gehen wir nicht auf den Heiler, oder was? Oh, jetzt haben sie das Säge. Alles BG verlieren wir auf jeden Fall. Aber wir haben schöne, schöne lange Kämpfe. Das wollte ich auch mal wieder. Das macht auch fun. Einfach die ganze Zeit rumzergen und machen und tun. Jetzt kriegst du mal noch meine Artefaktwaffe. Oh nein, schon wieder Strahlen gesperrt. Fuck you. Doch kein Spaß hier. Wobei wir schon zwei Procs hatten in dem BG. Das ist eigentlich auch echt viel. Da ist viel passiver Heal durch unsere Waffe geflossen. Jetzt krieger. Naja, macht halt nicht so viel, wenn es keinen Proc hat. Ausredlich bei einem Zwerg. Lol. Zwo, oder was ist denn das? Das ist doch kein Schieb. Was zum Teufel ist das, Leute? Er wurde gehäschend oder irgendwas. Er wurde gebunnied. Wir haben alles verloren. Wir haben alles verloren. Aber den Zergbeihof, den haben wir gewonnen. Oh yeah. Noch 60 Punkte. Dann ist das Elend vorbei. Aber dass auch die Horde hier zergt, ne? Dass sie sich nicht zufrieden geben mit ihren vier Basen, die sie haben oder so. Komm jetzt. Kulons ready. Ach ja. Du beschießt mich. Oh. Wir kriegen was. Wir kriegen was. Wir kriegen was. Habe ich strong gehealt? Von der Allianz habe ich strong gehealt. Gut. Sag mal. Heilig Diszi Schatten. Okay. Und die hatten ja halt den Diszi und den Mönch. Die haben wir ja ständig gesehen. Aber die sind halt nochmal ein bisschen mehr abgegangen als wir. Guck mal. Ich habe 3 zu 1. Er hat hier 0 zu 5. Loser Diszi. Wir sortieren so. Dann sieht es noch besser aus. Oh. Muni erst. Voll cool. Sogar mit den Todesstößen sind wir im Mittelfeld. Wir haben mehr Todesstöße als Hunter und alles. Oh lol. Na gut. BG verloren. Aber es war trotzdem sehr lustig, wie ich fand. Dann gucken wir mal, was wir am Mittwoch machen. Vielleicht grabe ich den Mönch mal wieder aus. Schauen wir einfach mal. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao. Ich bin der Muni.